Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge düstere Plauschschichten wie fast immer mit dem guten alten Lazy Luke schönen guten Tag. Ja moin moin, heute mal so in der Rolle Sleepy Luke unterwegs, also etwas die Sonntagsmüdigkeit hat zugeschlagen bei mir. Ja, soll uns nicht aufhalten. Ich bin heute glaube ich auch nicht die Spritzigkeit in Person. Gute Laune ist vorhanden, aber auch ein bisschen ist es die Herbstgemütlichkeit, die so langsam Einzug hält, finde ich. Finde ich immer sehr angenehm. Schönes Herbstwetter gehabt die Tage. Da will man sich Kakao machen und mit einem guten Buch auf Sofa ablegen. Aber gut, dafür sind wir jetzt nicht hier. Wir sitzen, wir liegen nicht und wir unterhalten uns und zwar haben wir diesmal wieder das Glück gehabt, dass jemand aus der Zuhörerschaft sich bei mir gemeldet hat und ich zwei nette Gespräche mit dieser Person führen konnte. Ich nenne diese Person an dieser Stelle jetzt Martin, denn mir fällt gerade auf, dass wir nicht drüber gesprochen haben, welchen Namen oder ob ich den richtigen Namen verwenden soll. Deswegen nennen wir ihn jetzt einfach Martin. Das ist nicht der richtige Name. Aber mit Martin habe ich mich unterhalten. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet und Lazy Luke hat es sich dann zur Vorbereitung angehört. Ich habe es auch nochmal angehört. Und das Thema dieses Gesprächs war eigentlich, man kann fast kein Überthema daraus benennen, aber im Wesentlichen knüpft es eigentlich an an unsere Folge zu der Frage, was für Menschen erleben eigentlich verstärkt, sage ich mal, oder häufiger paranormal ist. Wir haben eine Folge dazu gemacht, wo Verbindungen zum Thema Synesthesie zum Beispiel zumindest wahrscheinlich gemacht wurden, vorsichtig formuliert. Und wenn ich richtig die Timeline zusammenschustere, war es glaube ich auch tatsächlich diese Folge, auf die sich der liebe Martin gemeldet hat und mir sagte, du, ich habe auch da ein bisschen in diesem Bereich was im Gepäck. Insofern dachte ich mir, gerade für Lazy Luke, der immer besonderes Interesse auch an diesen, sagen wir mal, anthropologischen Faktoren, kann man vielleicht sagen, auch psychologischen Faktoren bei all unseren Themen hat, genau das Richtige für dich, war mein Gedanke. Ja, absolut. Also ich, da die Einleitung sozusagen, der ich jetzt lauschen durfte, die bezieht sich ja auch darauf und fängt erstmal so an, was, was für eine Persönlichkeit hat der Interviewpartner Martin. Und ja, wie ist er so eigentlich durchs Leben bisher gekommen, in Auszügen, so auf die Persönlichkeit bezogen und dann folgen so einzelne Storys hintereinander, die ja dann von euch analysiert werden, die er vorstellt. Und am Ende kam dann noch so ein bisschen als positiver Abschluss, ja, eine spielerische, kreative Komponente dieser Erlebnisse so mit rein. So habe ich das grundmäßig jetzt mal so zusammengefasst. Ja, so ungefähr kann man das, glaube ich, gut strukturieren. Also es ist so, Martin hat, und das ist seine eigene Empfindung, sein eigenes Empfinden, eine besondere Veranlagung, wenn es um, ich sage jetzt einfach mal Imagination geht, aber, Klammer auf, wiederum auch sein eigenes Empfinden. Diese Imagination ist auch nicht zwangsläufig nur Imagination, sondern diese Ebene hängt schon auch irgendwie mit Phänomenen zusammen, die ja außerhalb des Subjekts, sage ich mal, stattfinden, die wir dann also paranormal nennen würden. Und er hat eine besonders ausgeprägte Imagination. Ich glaube, er hat erzählt, das hat er auch schon sozusagen in der Schulzeit entdeckt. Er hat auch ein Zeugnis, wo sozusagen draufsteht, dass er ein Takträumer sei. Also er hat zum Beispiel die Fähigkeit oder die Imagination ist so ausgeprägt, dass er sich da sehr leicht und gut, sage ich mal, hineingeben kann mit seiner Aufmerksamkeit. So möchte ich es mal formulieren und die auch mitunter sehr oder relativ realistisch ist, diese Imagination. Also insofern eine Fähigkeit, die wir sicherlich alle haben oder fast alle. Es gibt ja auch noch dieses Krankheitsbild oder dieses Erscheinungsbild von A-Fantasie. Es gibt wohl auch Leute, die, ja, die man da vielleicht ausnehmen müsste, aber ich glaube, das ist sehr selten. Die meisten von uns haben ja die Fähigkeit, sich zum Beispiel in einen kleinen Tagtraum zu begeben, aber wahrscheinlich dann nicht so ausgeprägt, sich da hinein zu bewegen und das so intensiv zu erleben, wie dann vielleicht jemand wie Martin. Das ist, das ist vielleicht, würde ich sagen, erst mal der, die Grundsituation, oder? Ja, absolut. Wobei da schon, da hacke ich schon ein. Die Schwierigkeit ist ja immer zu vermitteln, was ist denn für einen selbst in der, wie vermittle ich die eigene Wahrnehmung? Was ist für einen realistisch? Dann nimmt man Vergleiche, oh, das war jetzt definitiv kein Traum, es war wie ein Film oder es hat irgendwelche anderen Spuren noch hinterlassen. So kann man das dann versuchen einzuordnen. Aber ansonsten von der Grundkreativität allein war er mir schon sehr sympathisch und als Fellow-Tagträumer sozusagen konnte ich mich da identifizieren mit. Und wo ich ja generell dann schon wieder feststellen musste, dass wir bisher alle Interviewpartner und alle Gäste sozusagen und Leute, mit denen wir Kontakt haben, ja so durchweg sympathisch finde ich, dass man schon gleich denkt, hm, ist da nicht mal Eimer dabei, der irgendwie, der irgendwie total komisch rüberkommt. Nee, das ist alles, sind alles entspannte Dudes, wenn man das so zusammenfassen darf. Ja, bisher auf jeden Fall. Also natürlich kann man noch dazu sagen, wenn ich jetzt den Eindruck hätte bei so einem Gespräch, dass das jemand mich irgendwie verarschen möchte oder sowas oder mir sonst wie massiv unsympathisch ist, ja, dann würden wir wahrscheinlich auch, würde man über diese Person in der Sendung nichts hören, logischerweise, weil, ist ja klar, habe ich aber nicht gehabt bisher und auch bei Martin nicht. Also dein Eindruck kann ich, ging mir genauso, ein sehr netter, sympathischer Typ, ruhiger Typ, mit dem man sich gut unterhalten kann. Und wir haben uns auch zwei Stunden, würde ich sagen, unterhalten. Das zweite längere Interview geht anderthalb Stunden, haben wir uns da unterhalten und davor hatten wir uns schon mal mindestens eine halbe Stunde unterhalten, bin ich mir gerade gar nicht mehr ganz sicher, aber eine halbe Stunde war es mindestens. Ist natürlich interessant, da habe ich jetzt gar nicht so dran gedacht, dass du dich da auch gleich so ein bisschen mit identifizieren kannst. Deswegen muss ich leider mal eben kurz hier vielleicht den Spannungsbogen der Folge direkt selber stören, aber da muss ich mal eben nachhaken. Wie viel Prozent Realismus haben deine Tagträume? Also Hintergrund, Martin hat zum Teil so Pi mal Daumen, so Prozentangaben, sage ich mal, gemacht im Interview. Ich meine, das ist natürlich nicht exakt, das ist klar, aber so ein bisschen taugt es ja vielleicht doch. Deswegen würde mich interessieren, wie realistisch sind deine Tagträume in Prozent? Deswegen habe ich da am Anfang eingehakt, weil ich das eben gar nicht bemessen könnte, aber generell schon sagen kann, natürlich ist es nicht, die Gefahr der Verwechselbarkeit ist nicht vorhanden schon mal. Das ist ja schon mal ein gutes Grundprinzip, aber auf jeden Fall, dass man so abdriftet, aber das kann ja schon mal passieren. Und dann weiß man eben nicht, wenn andere Leute das beschreiben, was ist für die denn realistisch, was ist der gemeinsame Maßstab? Aber ich glaube, da bin ich dann drunter zu dem, was er so geschildert hat, auf jeden Fall. Aber ich würde schon sagen, dass ich, wenn ich mich grob jetzt als Querschnitt mit anderen unterhalte, dass ich schon ja auch mal intensivere, unterhaltsamere Träume habe als, weiß nicht, der Querschnitt oder so. Weiß ich, inwiefern man das jetzt begründen kann oder ob das dann auch wieder nur eine eigene Wahrnehmung ist, weiß ich nicht. Ich habe versucht, das für mich auch so ein bisschen zu bemessen und ich muss sagen, selbst wenn ich mich mit der Intention, mir jetzt etwas möglichst gut vorzustellen, sage ich mal, oder mich, ja, eine Imagination herzustellen und möglichst tief da drin irgendwie zu versinken, sage ich mal. Ich könnte es, glaube ich, trotzdem mit nie mehr als vielleicht fünf bis, ja, eigentlich fünf Prozent Realismus oder so von meinem Bauchgefühl beziffern. Ich habe diese Fähigkeit irgendwie nicht wirklich da so richtig in diese Vorstellungswelten hineinzugehen. Es ist immer mit viel Konzentration verbunden und dann trotzdem ist es mehr ein Fader-Ab-Klatsch, sage ich mal, von realen Eindrücken. Und vor allem nimmt es nie dann so viel Raum ein, dass es zu so einer eigenen Erfahrung oder so wird. Also so etwas wie Tagträumen und dann so richtig mit der Aufmerksamkeit mehrheitlich in diesem Tagtraum sein für eine gewisse Zeit, das kommt bei mir eigentlich, ich glaube, das habe ich noch nie erlebt. Also das geht maximal, wenn ich es wirklich mit Absicht forciere, mich hinlege, was weiß ich, irgendwie Entspannungsmusik auf die Ohren packe und das so richtig forcieren möchte. Aber so im normalen Alltag kann ich mich nicht erinnern, dass ich das schon mal erlebt hätte. Dann bist du vielleicht einfach der effektivere Wissenschaftler, der nüchternere Mensch. Du kannst das einfach, du bist da nicht so ablenkbar. Er hat ja auch erwähnt, dass er leicht ablenkbar ist. Du bist vielleicht auch nicht so anfällig für Reizüberflutung, etwas kontrollierter und lässt sich dann von den Reizen und lässt das auch nicht so verwandeln, meinetwegen in Träumen oder verarbeitest das dann irgendwie anders vielleicht. Er sprach ja auch von der Gedankenhygiene. Das ist jetzt alles noch so zur Einleitung seiner Person, die er betreibt. Und vielleicht bist du da einfach schon effektiver, dass du gar nicht diesen Prozess des Tagträumens oder der Träume brauchst, um dein Gehirn zu reinigen, was ja auch so genannt wird. Sondern du hast da gar keine Probleme. Du kannst die Reize alle so verarbeiten. Ja, ich weiß es nicht. So wie du es jetzt sagst, klingt es dann irgendwie positiv. Das finde ich gut. Und ich persönlich empfinde es eher tatsächlich als Mangel. Also das liegt jetzt aber natürlich auch an meinen Interessenfeldern wahrscheinlich. Würde ich mich jetzt hauptsächlich für Fußball interessieren, würde mir dieser Mangel vielleicht niemals auffallen. Aber wenn man dann eben von anderen Leuten hört, die da eine ganz andere, reichhaltige, innere Imaginationswelt scheinbar haben. Ja, dann kommt man sich oder komme ich mir im Vergleich halt schon irgendwie leicht benachteiligt vor. Ich meine, kann keiner was für und so weiter und so fort. Aber ich würde ja auch sowas vielleicht gerne mal erleben. Aber ich habe scheinbar nicht die nötige Veranlagung dafür oder noch den richtigen Zugang nicht gefunden. Das ist die hoffnungsvollere Variante vielleicht. Aber gut, wir wollen hier nicht über mich reden. Martin hat, das habe ich auch schon erwähnt, das hat er schon in Kinderzeiten gemerkt, dass das bei ihm ein bisschen ausgeprägter ist als bei anderen Leuten vielleicht diese Bereiche. Und er hat dann einige Beispielgeschichten sozusagen erzählt oder wir haben über einige Erlebnisse dann gesprochen, könnte man richtiger sagen. Und das erste dieser Erlebnisse, was wir, glaube ich, besprochen haben, die sind nicht chronologisch in seinem Leben. Wir haben einfach welche ausgewählt. Das erste, worüber wir gesprochen haben, würde aber gleich in die Kategorie dessen fallen, wo er sagt, hier hat er das Gefühl, dass das rein subjektive Feld verlassen worden ist und sich irgendwie mehr abgespielt haben muss. Und zwar, weil eine Freundin dabei war und Teile des Erlebnisses sozusagen miterlebt hat. Und die Frage, möchtest du das kurz nacherzählen, soll ich das kurz nacherzählen oder möchtest du, bevor wir anfangen, noch was anderes vorweg schicken? Ich habe mich auch gerade gefragt, ob er chronologisch durchgehend von der Erzählung her oder von seinem Leben. Dann wählen wir jetzt die erste Geschichte, die er erzählt hat. Die hat stattgefunden, als er schon etwas älter war. Ich glaube, du bist da besser im Stoff. Ich kann so ergänzen, als Kurzzusammenfassung steht bei mir einfach die glühenden Augen und ein Ohnmachtsanfall. Das sind so die Hard Facts erstmal. Ja, also. Drumherum, vielleicht kannst du das besser einbetten. Er war spazieren mit einer Freundin. Was das Alter angeht, muss ich sagen, da bin ich wahrscheinlich nicht besser aufgestellt als du. Dadurch, dass wir das Ganze jetzt nicht chronologisch besprochen haben, bin ich mir darüber auch nicht so ganz im Klaren. Ist aber, denke ich mal, auch nicht ausschlaggebend an der Stelle. Er ist Spaziergang mit einer Freundin und zwar in einem waldigen Gebiet. Ich sage jetzt die Orte nicht. Es ist in Deutschland, so viel, denke ich, darf ich sagen. Und in gar nicht so großer Entfernung tauchten plötzlich, so wie ich ihn verstanden habe, von einem Moment auf den anderen, ungefähr sechs Augenpaare in der Dunkelheit sozusagen oder im Gebüsch auf, die größer waren als menschliche Augen, ungefähr auf seiner Brusthöhe da waren. Und es war außerdem so etwas wie ein Gemurmel zu hören. Und das hat eben nicht nur er wahrgenommen. Ich schätze jetzt einfach mal, hätte nur er das wahrgenommen. Bei seiner Vorgeschichte oder seiner Veranlagung hätte ihn das dann vielleicht auch gar nicht weiter, wäre das vielleicht gar nicht so was Besonderes gewesen. Vielleicht auch schon. Aber so war es auf jeden Fall noch besonderer, weil seine Freundin hat es eben auch gesehen. Das heißt, es kann irgendwie nicht rein Produkt seiner Imagination gewesen sein. Seine Freundin hat es auch gesehen und hat vor allem sehr, sehr heftig reagiert, nämlich mit einer sofortigen mehr oder weniger sofortigen Ohnmacht. Aus Angst. Ganz schön starker Tuba. Oder hatte kurz gesagt auch einen Nervenzusammenbruch. Auf jeden Fall war sie davon erstmal überfordert und empfand das so schon sehr gruselig, wie er auch. Und da hat er sich gefragt, ist das jetzt nur sozusagen meine eigene Wahrnehmung? Nein, sie hat da auch drauf reagiert. Jetzt könnte ich natürlich wieder als Advokat des Diabolis sagen, ja, man kann auch andere Leute mit hineinziehen, sich da sozusagen im Bereich der Suggestion da Leute, dass die sich auch hineinsteigern, weil er hat auch immer erwähnt, dass die ja auch nicht gut darauf zu sprechen war, dass er sich da immer mit diesen Dingen beschäftigt hat. Und das empfand sie dann auch schon als gruselig, wenn man darüber redet. War das die gleiche Freundin? Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele er da, ja. Also es waren auf jeden Fall die Geschichten, da sind verschiedene Freundinnen bei vorgekommen, deswegen weiß ich jetzt auch nicht genau, ob es die gleiche war. Ich glaube, diese hier gehörte zu denen, wo gar nicht über solche Dinge gesprochen wurde, also und zwar seinerseits. Aber gut, ist ja auch egal, was du sagst, ist natürlich theoretisch und grundsätzlich richtig. Ja, in der Situation, wenn ich jetzt eher wäre, würde ich aber wahrscheinlich trotzdem nicht unbedingt davon ausgehen, sondern eher davon ausgehen, dass ein äußerlicher Reiz in irgendeiner Form da gewesen ist. Einfach weil, so wie er das beschrieben hat zumindest, ging das so schnell. Man steigert sich nicht gegenseitig innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde in irgendeine Panik hinein. Also zumindest so, wie er die Geschichte beschrieben hat, würde mich das an der Stelle eher wundern. Sagt natürlich noch nichts darüber aus, nehmen wir jetzt mal an, ich gehe davon aus, da war jetzt irgendein äußerer Reiz, der von beiden wahrgenommen werden konnte. Er sagt natürlich noch nichts darüber aus, was das dann am Ende des Tages gewesen sein könnte. Zumindest löst er es selbst auch nicht auf und sagt, man hat dann, also er hat sich natürlich dann erstmal um die Freundin gekümmert. Ja. Und dass sie das Bewusstsein wieder erlangt und hat aber das nicht weiter erforscht, und dann ist es auch nicht mehr aufgetaucht. Also er hat nur im weiteren Verlauf beschrieben, glühend, ungefähr so groß wie Daumen und Zeigefinger zusammen. Und hat dann, ja, das nicht weiter beschrieben, aber einfach glühendes, ungefähr ein Dutzend, Paar und Augen, augenartig, wie glühende Augen eben. Hat dich das an irgendwas erinnert? Wir hatten schon so viele Lichterlebnisse. Also ich habe an Ohio gedacht. Die schießwütige Farmers-Familie, in Anführungsstrichen. Das ging, glaube ich, auch ... Ich weiß nicht, ob das die ersten Ereignisse waren, habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber unter den ersten Ereignissen mindestens waren auch gar nicht unähnlich beschriebene Augen in der Dunkelheit. Und es ist tatsächlich was, was man öfter zu hören bekommt. Ja, dazu müsste man das Setting jetzt noch natürlich genauer kennen. Er hat es auch gar nicht näher beschrieben. Also wir müssen jetzt gar nichts verheimlichen, irgendwie standortbezogen. Also er hat den Ort gesagt. Zumindest, ja, okay. Aber dass man jetzt genau weiß, wie es sich da ... Nee, das nicht. ... von der Vegetation und so weiter. Könnten es irgendwelche Tiere gewesen sein? Welche Tiere sind dort? Und was sind sonst die Möglichkeiten, um das ... Über das Thema Tiere haben wir ja ganz kurz gesprochen. Es ist ja so, dass wenn Tiere leuchtende Augen haben, ist das eine Reflexion. Es gibt, glaube ich, keine Landtiere, die sozusagen selbst leuchtende Augen hätten. Und deswegen habe ich ihn danach gefragt, ob da irgendwelche Lichtquellen oder dergleichen gewesen wären. Seine Antwort war aber, nein. Also, ja. Das, weil du Tiere ansprichst, wollte ich das der vollständige Teil aber auch noch gesagt haben. Weil ich da natürlich auch dran gedacht habe. Seine Freundin hatte aber auf jeden Fall danach gar keine Lust mehr mit ihm ... ... oder generell im Wald spazieren zu gehen. Und, ja, das zeigt dann vielleicht auch schon diese eine Ebene. Es ist mitunter für Leute, die so veranlagt sind, schwierig, da das zu kommunizieren. Und so wie ich ihn verstanden habe, war jetzt dieses Gespräch mit mir eigentlich auch mehr oder weniger das erste und einzige Mal in seinem Leben, dass er das so ausführlich mal nach außen, sage ich mal, thematisiert hat. Und daran merkt man, denke ich schon, dass es, ja, auch auf der sozialen Ebene gar nicht unbedingt so einfach sein muss, mit solchen Eigenschaften ausgestattet zu sein. Ja, aber das, da können wir uns jetzt ja mal selbst loben, das predigen wir hier auch immer, dass man das erstmal neutral aufnehmen sollte. Und egal, in welche Richtung man geht, ist das jetzt nur bedingt durch die subjektive Wahrnehmung irgendwas, welchen Erklärungsansatz man wählt. Man sollte natürlich nicht irgendwie da vorverurteilen oder irgendwie generell, weiß ich nicht, so eine, ja, nicht offene Haltung einnehmen. Und das führt dann aber, wahrscheinlich ist das sehr häufig der Fall und das führt dann dazu, dass die Leute sozusagen komplett darauf verzichten, ihr Innerstes zu teilen oder irgendwelche Erlebnisse überhaupt noch darüber, das zu erzählen, das zu verarbeiten, was ja schon mal generell nicht im Sinn der Sache sein kann. Und deswegen glaube ich, es hatten auch andere Kontakte so immer gezeigt, dass wir da schon eine gute Position einnehmen, um mal so ein bisschen Selbstlob mit einzustreuen, dass wir das einfach erstmal uns anhören und gucken und ohne da jetzt irgendwie gleich zu werten. Ja, an der Stelle natürlich auch nochmal der Hinweis, wenn ihr selber irgendwas Interessantes erlebt habt im Bereich unserer Themenfelder, bitte, bitte schreibt mich unbedingt an. Ich bin immer interessiert, das zu hören und es muss auch keine Sendung draus werden. Also ich, mir geht es erstmal primär darum, mich mit euch zu unterhalten über diese Sachen und ob dann eine Sendung draus führt oder nicht, liegt dann in eurer Hand. So, Werbeblock da. Und in dem Kontext auch nochmal kurz zu Martin gesagt, bevor ich es vergesse, das hat sich bei ihm eigentlich durchgezogen. Ich habe an mehreren Stellen gefragt, ob er im Moment des Erlebnisses, also wie seine endgültige Einschätzung ist. Ist das was Äußeres, ist das was Psychologisches? Und er hat immer, er ist da sehr transparent, würde ich sagen, oder war mein Eindruck, er hat in der Regel gesagt, ja, ich kann dir die Frage nicht beantworten, sozusagen. Es gibt bestimmte Gründe, warum ich glaube, dass es beides gibt, aber ich kann es für den Einzelfall nicht unbedingt hundertprozentig immer sagen, sozusagen. Also da war ja ganz offen, das war jetzt kein, niemand, der einem da irgendein Narrativ oder so aufbringen wollte oder anbringen wollte, sondern das habe ich als sehr ehrliche und transparente Art einfach das eigene Erleben zu schildern empfunden. Ich hoffe, oder ich denke mal, das wirst du wahrscheinlich eh nicht so sehen, ne? Ja, absolut. Also das gehört natürlich auch dazu, dass die Seite dann wiederum das auch nicht so engstirnig sieht, sondern einfach präsentiert und sagt, vielleicht auch offen lässt, offen lassen muss und sagt, ich weiß es nicht abschließend, aber zumindest sozusagen das nach bestem Wissen und Gewissen erstmal, ja, schildert, was diese Person erlebt hat, was sie wahrgenommen hat. Und das finde ich auch ist eine Grundvoraussetzung, um erstmal in die Diskussion einzusteigen. Das gilt auch für die nächste Geschichte, über die wir gesprochen haben und da bin ich jetzt über deine Eindrücke und Kommentare besonders gespannt. Und zwar haben wir, glaube ich, als nächstes gesprochen über eine Episode, die er selber erlebt hat, als er acht oder neun war, als Kind, und die er so, ja, erstmal als Erstreflex, vielleicht als Schlafparalyse-Ereignis klassifizieren würde, aber mit der Klammer auf in diesem Fall bei ihm vielleicht, er ist sich nicht sicher, ob das wirklich so der Fall ist oder ob nicht doch noch mehr dran ist. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte, welche Geschichte, oder habe ich jetzt gerade eine aus Versehen übersprungen? Also ein bisschen knapp übersprungen, aber wir können auch gerne die zuerst, da war er acht Jahre alt, ungefähr, hat er gesagt. Die schildern, ansonsten hätte ich hier noch kurz davor, gab es einen kleinen Einschub von euch, wo er, oder von ihm, wo er dann kurz zur, ja, wahrgenommenen Energie in der Kirche, beim Segnen und so weiter. Ach ja, stimmt. Aber wir können gerne erstmal auf die zweite, etwas längere Geschichte eingehen. Weißt du, sonst würde, lass uns doch das andere eben machen, bevor wir das nachher noch vergessen. Okay. Weil das ist, glaube ich, auch was, was ihm selber wichtig gewesen ist, kam mir jedenfalls so vor. Er hat nämlich noch geschildert, dass einer der Bereiche, wo er das Gefühl hat, es geht über das rein Psychologische hinaus, ist der Bereich, wenn er auf Menschen trifft, die besonders spirituell entwickelt sind oder besonders hart, in Anführungsstrichen, spirituelle Arbeit leisten, dass da von diesen Menschen eine besondere Energie ausgeht, die dann eben spürbar oder wahrnehmbar ist für ihn. Hier ist klar, wir benutzen jetzt, benutzen jetzt Energie hier nicht im physikalischen Sinne, sondern als Metapher. Das war jetzt aber auch falsch, ne, Metapher ist es nicht im engen Sinne. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Und als Beispiel hat er dafür gebracht, dass er mal einem buddhistischen Mönch an einem Flughafen über den Weg gelaufen ist und das schon gefühlt hat, bevor er ihn gesehen hat. Der hat sich sozusagen von hinten genähert und dann auch den Eindruck hatte, dass sich dann die Blicke sozusagen getroffen haben. Und dass sozusagen diese Wahrnehmung nicht einseitig war, sondern gegenseitig war. Also dass eine, ja, auf irgendeiner Ebene eben ein Erkennen und eine Verbindung vorhanden ist. Auch das ist natürlich interessant und etwas, was viele Leute mit entsprechender, ja, weiß ich nicht, Veranlagung oder so auch schon berichtet haben. Das ist natürlich dann auch schwer einzuordnen, weil, ja, gegenseitiges Erkennen, das kann natürlich auch ein sehr subjektiver Eindruck sein. Vielleicht schaut einen dann ein Gegenüber an und man hat den Eindruck, man findet gerade ein gegenseitiges Erkennen statt, aber die andere Person denkt gerade an ihren Einkaufszettel und ist geistesabwesend und guckt einen nur zufällig an. Das ist ja auch denkbar. Aber so hat er das natürlich an der Stelle nicht empfunden. Da spielt natürlich der religiöse Kontext auch noch mit rein. Ist man generell, würde ich behaupten, ist man generell empfänglich dafür, auch sich darauf einzulassen? Und würde man diese Person jetzt meinetwegen, wenn man jetzt einen buddhistischen Mönch sieht, würde man überhaupt dem eine besondere Aufmerksamkeit schenken? Und dann kann man weitergehen und sagen, okay, wenn man jetzt versucht, das nicht paranormal und wie auch immer aufzulösen. Wir hatten auch immer das Feld der Hypersensibilität besprochen, so welche, auch in der Folge wahrscheinlich, welche Leute sind generell empfänglich dafür. Ist es dann vielleicht einfach eine andere Art Wahrnehmung? Ist man, genauso wie man in der Lage ist, Temperatur, Unterschiede, wie auch immer, Lichtverhältnisse wahrzunehmen, dann nochmal empfänglicher als der durchschnittliche Mensch? Oder ist es dann wirklich was auf einer anderen Ebene tatsächlich, meinetwegen dann in Richtung Paranormales? Also das ist immer die Richtung, die ich dann gehe und gucke ich, ja, man kann jetzt argumentieren, andere Lebewesen haben auch andere Wahrnehmung, anderes Gespür für die Natur, für Temperatur, für, sehen andere Lichtspektren. Und dann kann sozusagen im organischen Ursprung ja bei Menschen auch einfach eine etwas größere Empfindlichkeit da sein. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, um dann zu sagen, ich habe jetzt gerade irgendwie gespürt, dass dieser Mönch sich in meiner Nähe aufhält oder wie auch immer. Das sind so meine Erstgedanken dazu. Könnte man sich natürlich vorstellen, wäre dann auch wieder ein bisschen schwierig, warum hat er dann den Mönch sozusagen sich näher gespürt und nicht die wahrscheinlich 15 Personen, die da auch sonst noch waren, womöglich. Muss ich sagen, aber das habe ich nicht so genau nachgefragt, wie das Setting war, ob da noch andere Menschen waren. Spielt am Ende des Tages auch keine Rolle, wir können die Frage natürlich nicht beantworten, aber für sein Eigenempfinden ist, dass da mehr dahinter steckt. Und das hat er auch jetzt nicht nur bezogen auf buddhistische Mönche, sondern allgemeiner, wie ich eben formuliert habe, hat er auch schon bei, wenn ich es richtig verstanden habe, katholischen Priestern hier und da sowas erlebt, dass er ein Segen richtig, eine Segnung richtig tief gespürt hat. Also für sein Eigenempfinden ist da auf jeden Fall eine zusätzliche Ebene in irgendeiner Form im Spiel interessant und deckt sich natürlich mit, ja, was soll man sagen, tatsächlich mit den Meinungen von anderen Leuten, die im spirituellen Bereich sehr engagiert sind. Mein erster Rückgedanke war jetzt tatsächlich an unsere nette französische Abenteurerin, die in Tibet unterwegs war, da sind auch ähnliche Episoden verzeichnet. Ich erlaube mir da kein Urteil, ich persönlich denke, da kann was dran sein. Vielleicht gibt es auch andere Erklärungen, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall ein mindestens im subjektiven Erleben vorhandenes Phänomen. Zumindest denke ich, ist es nicht schlecht, wenn man sich darauf einlassen kann, also wenn man jetzt bereit ist, auch meinetwegen auch bei der Segnung dann sich in diesen Geistzustand zu versetzen, also eher meditativ dann veranlagt zu sein und nicht zu, das einfach, weiß nicht, das kann nicht von null auf hundert, glaube ich, so stattfinden oder wahrgenommen werden, wie auch immer man das dann beurteilt. Also man könnte jetzt nicht reinlatschen und so fort. Naja, vielleicht ist ja gerade das der Unterschied dann zwischen Leuten, die eine besondere Veranlagung haben, wie Martin. Vielleicht kriegt er das sozusagen einfach so, ohne dass weitere besondere Bedingungen herrschen müssen, während womöglich der Großteil der Durchschnittsbevölkerung dann tatsächlich erstmal in einem besonderen Zustand schon sein muss, um da etwas mitzuschneiden, in Anführungsstrichen. Wobei das schon auch wieder ein Trainingsaspekt sein kann, der sich dann auch wieder wie ein roter Faden durchzieht, im Sinne von, kann ich, ja, kann ich Klarträume auch irgendwie trainieren, kann ich bestimmte Bewusstseinszustände trainieren, also auch das ist ja möglich. Ja, gut, jetzt würde ich aber sagen, gehen wir zu der Geschichte, die ich dann eben aus Versehen vorgezogen fast hätte. Und da interessiert mich dein Urteil besonders, weil er es eben als Schlafparalyse möglicherweise klassifiziert hat, das ja ein Bereich ist, wo du dann auch eigene Erfahrungswerte mit einbringen kannst. Ich würde vielleicht erstmal den Ablauf der Geschichte kurz erzählen, oder? Also er war ein Kind und er lag im Bett. Das ist vielleicht schon der erste Grund, auch an eine Schlafparalyse zu denken. Es war dunkel, so wie ich das verstanden habe, also die, ich weiß nicht, ob es jetzt mitten in der Nacht war oder beim Einschlafen, aber es war auf jeden Fall schon dunkel. Denn dann tauchte am Fenster ein helles Licht auf, was in das Zimmer geschienen hat, sozusagen. Wir reden vom Erdgeschoss an der Stelle. Und dann nimmt er etwas wahr, was wiederum sich an der Zimmertür abspielt, nicht am Fenster. Und zwar das Auftauchen bzw. durch die Tür erscheinen von ungefähr sechs kleinen Gestalten, die er beschrieben hat als klassische Greys. Das heißt, ja, verhältnismäßig, im Verhältnis zum Körper größerer Kopf, als man es jetzt von einem Menschen erwarten würde. Kleinere Körpergröße. Normalerweise gehört zu den Greys auch eine etwas spittelige Gliedmaßenausgestaltung, sage ich mal, dünne Gliedmaßen. Spittlich ist auch nicht schlecht. Das war aber, glaube ich, bei ihm nicht so ausgeprägt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann sagt er, dass die Körperrelationen an sich, abgesehen vom Kopf, ihm jetzt nicht großartig besonders erschienen sind. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Nö, ihr habt euch aber auch relativ schnell auf den Begriff Grey geeinigt. Da weiß man dann auch wieder nicht. Das diskutiert ihr danach noch so. Auf dieser Metaebene ist das jetzt wieder nur eine Sache, auf die man sich einigt. Vielleicht ist es eine Sache, auf die man sich einigt, weil man dann sozusagen beide Parteien wissen, wovon man spricht. Oder ist das eine Sache, die man so wahrnimmt, weil man von diesem Bild geprägt ist? Und vielleicht würde man in Wirklichkeit etwas ganz anderes sehen und so weiter und so fort. Das diskutiert ihr ja auch noch. Aber so als gemeinsamen Nenner habt ihr gesagt, Sex, dem typischen Bild dieser Figur sozusagen Grey ähnelnd. Und vorher noch das Geräusch. Das Geräusch kam vorher auch noch von, was er so verglichen hat mit Flugzeugturbinen. Das war auch noch bevor... Oh, stimmt. ...diese, also ein lautes Geräusch wahrgenommen. Stimmt, sehr gut. Das ist einer der Gründe, warum es gut ist, dass wir zu zweit sind. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Auch etwas nicht untypisches, dass Phänomene mit kuriosen Geräuschen anfangen. Ich glaube, in meinem Gespräch vor zwei Folgen, glaube ich, mit dem österreichischen Zeugen haben wir das auch wieder erlebt. Ja, Muster. Muster wiederholen sich hier zum Teil. Was dann passiert ist, ist, dass er aus dem Fenster zum Licht oder durch... Also nicht aus dem Fenster, im Sinne von das Fenster war auf, sondern durch das Fenster im geschlossenen Zustand, wie schon die... Wir nennen sie jetzt einfach mal Grace Feuer durch die Tür, zum Licht geschwebt ist. Und ja, brauche ich, denke ich, hier bei unserem Publikum nicht viel zu sagen. Bisher, klassischer, geht es ja eigentlich nicht, was die Beschreibung von Entführungsphänomenen, sage ich mal, angeht. Zum Licht geschwebt ist, das Licht kam von einer rotierenden Scheibe, die an der Unterseite Licht hatte. Ich glaube, ich habe ihn noch nach der Farbe gefragt, da war er sich aber nicht mehr so sicher und wollte... Ich glaube, es war irgendwie dunklerig, dunkel. Er hat aber auch dazu gesagt, das kann er nicht so gut erinnern. Also er war da sehr bedacht drauf, dass er wirklich nur das erzählt, was er erinnern kann. Dann ist er als nächstes in etwas drin. Ich meine, die Assoziation, und ich glaube, so erzählt er es auch, ist natürlich, dass er in der Scheibe drin ist. Aber was halt auffällig ist bei Entführungsphänomenen oder Entführungsberichten, ganz oft ist das eigentliche ins Objekt hineinkommen, sage ich mal, gar nicht Teil der Erinnerung. Man sieht es sich nähern, man schwebt darauf zu, und dann ist die nächste Szene schon drinnen. Er erinnert sich sehr deutlich, sagte er, an einen kalten Metalltisch, auf dem er dann lag, und Gestalten, die um ihn herum standen. Und eine davon hatte, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch ein für ihn nicht näher benennbares Gerät in der Hand. Schlauch. Das Wort war Schlauch. Schlauch, okay. Wobei Metall, ja, da gab es sozusagen ein metallisches Gerät. Vorher beim Tisch war einfach nur die Assoziation OP-Tisch, glaube ich, verwendet worden. Aber kann natürlich auch irgendwie aus dem Teil sein. Ja, ich glaube, er hat später, als wir dann darüber, ich habe ihn dann später noch gefragt, wie gut er da mit dieser Erfahrung klargekommen ist, ob er das verdrängt hat oder so. Und da sagt er, na ja, ich glaube, da hat er ja gesagt, ich fühle diesen Metalltisch sozusagen bis heute jetzt sinngemäß, nicht wörtlich natürlich. Naja, auf jeden Fall ein kalter Tisch, Assoziation OP-Tisch, Metalltisch. Und dann auch das ziemlich klassisch. Es wird sozusagen die Wesen, wer auch immer sie sind, beugen sich überein und dann ist Blackout quasi. Und er sagt, das muss dann 7 oder 8 Uhr morgens in dem Bereich gewesen sein. Da ist er dann einfach im Bett aufgewacht. Ich habe ihn noch gefragt, wie, das war der erste Moment, wo ich danach gefragt habe, ob er irgendwie ausdrücken kann, wie realistisch das Erleben war. Und das hier war das einzige Beispiel, wo er gesagt hat, es war hyperrealistisch. Es hat sich hyperrealistisch angefühlt. Jetzt haben wir wieder das Problem, ich kann mir darunter nichts vorstellen, weil ich offensichtlich mein Innenleben dermaßen flach ist, dass es diese Zustände nicht gibt. Aber hier kommt jetzt natürlich Lazy Luke ins Spiel. Wie, ja, bitte, bitte reagiere einfach auf diese Beschreibung, weil es ja dann unter dem Label vermutlich Schlafparalyse geliefert worden ist. Und deswegen würde mich interessieren, kommt dir das alles bekannt vor oder ja, wie passig ist das für dich? Also zum Glück nicht in der Detailtreue beziehungsweise inhaltlich schon mal. Das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt, weil ihr dann ja auch beide festgestellt habt, dass da eine unheimliche Angst, gerade auch in dem Alter, aber auch generell mit hineinkommen muss, zwangsläufig. Und ich kann nur sagen, dass, deswegen habe ich das Geräusch auch nochmal explizit am Anfang erwähnt, er hat ja es am Ende offen gelassen, ob es nun, also er lässt es natürlich in der Bewertung offen, ist es real, ist es nicht real, er weiß es nicht. Er erwähnt, dass es, dass er sich vorstellen kann, dass es Schlafparalyse ist. Andererseits ist es, war es für ihn eben so real. Ich meine, bei einem Nachgang ist das dann schon zu unterscheiden, also das ist jetzt so meine eigene Erfahrung, wie bei Träumen, die sich ja innerhalb des Träumens, während des Träumens sehr, sehr realistisch anfühlen, logischerweise. Es sei denn, es ist ein Klartraum, wo man dann aktiv sozusagen diese Schwelle übertritt und weiß, ich befinde mich jetzt im Traum und kann das wieder einsehen. Es ist auch bei der Schlafparalyse so, dass die, das ist ja sozusagen der, auch ein sehr unangenehmer, meistens sehr unangenehmer Part. Und der wird auch, oder zumindest in meinen Fällen, wurde der auch oft getriggert durch ein lautes Geräusch. Zum Beispiel, dass meine Freundin neben mir liegend einen starken Albtraum hat, also laut geschrien hat wirklich. Und ich bin davon hochgeschreckt und war halt sozusagen der, ne, wieder das Klassische, der Körper war noch nicht ganz wach und der Geist schon. Also hochgeschreckt dann nicht wirklich im körperlichen Sinne. Nicht richtig gekommen und einfach, aber auch irgendwie, ich habe glaube ich auch laut so geschrien, weil es so ein Impuls war. Und da, diese kurze Phase, was man da dann auch visuell wahrnimmt, ist auf jeden Fall auch realistisch. Genauso realistisch, wie es im Traum, im echten Traum ist. Und davon muss man sich auf jeden Fall auch erholen. Aber wenn er das jetzt sozusagen so lange im Nachgang bewertet, dann, also noch als realistisch bewertet und als möglich, dass es real war, dann muss man einerseits, oder könnte man, ja, sagen, okay, das ist ein paranormales Erlebnis oder er hat es irgendwie nicht verarbeiten können. Das sind ja die zwei möglichen Wege, die dann noch übrig bleiben, würde ich sagen. Aber zum Glück habe ich da keine so in dem Maße vergleichbaren Erlebnisse. Kannst du denn was mit dem, mit der Vorstellung, oder kannst du dir was darunter vorstellen, dass es hyperrealistisch sich angefühlt hat? Weil da war natürlich mein, ich kann es halt nicht einordnen. Aber wenn jetzt jemand, der Erfahrung mit Schlafparalysen selber hat, sagt, ja, ich weiß, worauf er mit dieser Beschreibung hinaus möchte, wäre das natürlich interessant. Wäre das auch interessant, wenn so jemand sagt, kann ich eigentlich nicht. Also deine Antwort war jetzt insofern eben klar, wie bei einem Traum. Im Traum merkt man es dann oft meistens nicht, dass es kein Traum ist. Aber diese Beschreibung der Wahrnehmung als hyperrealistisch, das hat für mich ja eine sensorische Qualität. Das geht ja über die Frage, check ich jetzt, dass ich in einem Traum bin oder nicht hinaus. Das ist ja, ja, tatsächlich, da geht es um den sensorischen Input irgendwie. Und das würde mich interessieren, ob du da was Vergleichbares erlebt hast oder damit was anfangen kannst. Also es gibt schon Unterschiede, ja, auch in der Qualität der Träume, der Wahrnehmung, dass manchmal etwas intensiver, realistischer ist. Aber ich würde nicht das auf das Level von Hyperrealismus setzen, zumindest nicht nach meiner Definition, die ja dann einfach, ohne dass ich das jetzt mal im Oxford-Englisch-Dictionary irgendwie nachgeguckt habe, was ist Hyperrealism, ist ja eigentlich die Stufe da drüber. Also etwas, was dann nochmal, ich würde jetzt nur, im Literarischen wird das ja immer verwendet, sozusagen was eigentlich über dem normalen Realismus steht. Das meint er sicherlich nicht. Er meint ja eher etwas, was extrem, extrem der Realität ähnelt. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Und das hatte ich auch noch nicht, dass ich dann danach noch im Nachgang sage, okay, das war jetzt exakt, also so realistisch, 100 Prozent, dass ich das jetzt landläufig oder umgangssprachlich als hyperrealistisch bezeichne würde. Das hatte ich nicht. Okay, interessant, weil mein einziger Vergleichspunkt, oder wo ich das Gefühl habe, vielleicht so ein bisschen anknüpfen zu können, wäre das Erleben von plötzlichen Gefahrensituationen. Also da könnte ich sagen, okay, da habe ich vielleicht schon mal Sachen erlebt, wo man das Label hyperrealistisch in dem Sinne verwenden könnte, als dass das Erleben selber einfach sehr, sehr intensiv ist, weil der Körper oder irgendein Teil von einem checkt, oh shit, hier geht es jetzt um die Wurst. Hier muss ich jetzt wirklich, ja, wie soll ich es beschreiben? Jeder, der schon mal irgendwie so eine Unfallsituation oder eine Fastunfallsituation hatte, kennt es alles, konzentriert sich halt, die ganze Aufmerksamkeit fällt plötzlich von einer Sekunde auf die nächste oder sogar weniger, schneller, fällt plötzlich in diesen Moment hinein. Alles andere ist komplett weg, einfach nur, weil klar ist, das System muss jetzt diesen Moment irgendwie durchleben, beziehungsweise handeln. Und dafür ist jetzt die ganze Aufmerksamkeit gefragt, weil hier geht es um Leben und Tod potenziell. Also das, so solche Unfallsituationen oder Fastunfallsituationen wären das, wo ich sagen könnte, okay, das wäre meine einzige Assoziation, hyperrealistisches Erleben. Ja, also auf jeden Fall auf hohen Stresspegel bezogen auch. Oder da kann ich jetzt von Glück reden, dass ich das nur nicht in der Form hatte, stelle ich mir das bei verstarken Traumata eben auch so vor, was ja oft dann als, herangezogen wird als Erklärungsversuch für diese Entführungserlebnisse, die geschildert werden. Dann wird gesagt, das sind unverarbeitete Traumata. Das ist ja ein Erklärungsansatz. Aber dazu, das könnte ich jetzt auch nicht weiter analysieren, weil dazu fehlen einem ja dann noch weitere Hintergründe zu der Person, zu der interviewten Person, Martin. Oder ja, zumindest sind am Ende auch keine Beweise. Er sagt ja, es waren keine Spuren danach irgendwie vorhanden. Wenn er jetzt noch irgendwelche Spuren am Körper gehabt hätte, dann hätte ich hier auch beim Zuhören noch mal eine Stufe Angst gehabt oder so. Wenn so eine Schilderung einer Person, die vorher mir sehr authentisch und glaubwürdig rüberkommt, dann noch sagt, oh, ich hatte dann nachweislich Spuren am Körper. Das hätte für mich nochmal ein Next-Level-Erlebnis. Nur für deinen Gruselfaktor. Die Fälle gibt es auch. Danke. Naja, meine Überlegung war dann auf jeden Fall, hier sehe ich zwei Ansatzpunkte. Also einerseits dieses hyperrealistische Erleben ist was, was man auch tatsächlich aus bestimmten psychedelischen Erfahrungen berichtet bekommt. Das ist die eine Assoziation. Und das andere, der nächste Gedanke ist dann natürlich der, also ganz ehrlich, nehmen wir jetzt mal einfach an, das, was da geschildert wird, passiert mit mir stumpf. Einfach so in der normalen Realität in der Nacht. Nehmen wir mal an, es passiert einfach exakt eins zu eins, so wie subjektiv erlebt und geschildert. Ja, das wäre eine solche Situation, in der, glaube ich, das ganze System auf oh shit schaltet, wie vorhin beschrieben. Weil das ist ja ein massiver Übergriff auf dich, dein Leben, dein Körper, komplettes Ausgeliefertsein. Also das würde eigentlich für mich schon von der Situation eigentlich gut zusammenpassen. Es ist ja komplett traumatisch, also nachts überfallen zu werden, egal in welcher Form, aus dem Schlaf heraus, ist ja was höchst, ja, furchtbares. Und ja, eigentlich wäre es dann genau so eine Reaktion zu erwarten, dass der ganze Körper in den Panik- und Überlebensmodus schaltet. Und jetzt hier die Besonderheit dann da wäre, dass er aber halt nichts machen kann. Ja, das ist natürlich dann der, für mich zumindest, der nicht auflösbare Punkt. Weil man kann es dann nicht im Nachgang noch, oder man kann es nicht herausfinden, ist es sozusagen ein Traumata, wie ich es vorher beschrieben hatte, oder ein Traumata, wie du es jetzt sozusagen verglichen hast. Das will er, glaube ich, auch nicht so richtig herausfinden. Oder zumindest hat er ja auch erwähnt, dass er da jetzt schon lange nicht mehr daran gedacht hat. Und dank uns, also wir wollten jetzt keine alten vergrabenen Geschichten dann noch mal, die schon vielleicht verarbeitet wurden, noch auffühlen. Aber das ist dann der Punkt, wo es, sonst würde es ja immer eine Auflösung dafür geben. Und dann könnte man eins zu eins sagen, ja gut, bei der Person ist das und das passiert. Und das würde sie nicht weiter beschäftigen. Aber das ist ja nicht der Fall. Ja. Außer, ich werde jetzt noch weiter an der Fox-Mulder-University ausgebildet und wir gehen das Ganze noch mal praktisch als Hunter wirklich an. Also auf jeden Fall, das Entführungsphänomen bedarf noch mal gesteigerte Aufmerksamkeit. Das ist zumindest mein Fazit für mich persönlich. Ich muss mich damit noch mal mehr und vor allem anders auseinandersetzen. Und das Kapitel Literatur darüber lesen und Fälle dazu lesen, habe ich, glaube ich, ausreichend umfassend für mich erstmal abgeschlossen. Also klar, mehr geht immer, aber da bin ich, glaube ich, schon halbwegs im Bilde. Das heißt, der nächste Schritt wäre jetzt natürlich tatsächlich mit den Leuten, die sowas erleben, mal wirklich selber ins Gespräch kommen, weil das ist was anderes. Da allein schon ganz basal auf der Informationsgenerierungsebene, da kann ich dann eben eine Nachfrage stellen, die ich an einen Text im Zweifelsfall nicht stellen kann und bekomme eben bestenfalls auch eine Antwort. Und man gewinnt natürlich auch einen anderen Eindruck davon, welchen, sagen wir mal, welchen Eindruck das Ganze auf die Person gemacht hat, gewissermaßen. Aber gut, das ist ein Thema für die Zukunft. An der Stelle natürlich noch mal der Aufruf, wenn ihr Ähnliches erlebt habt und darüber gerne mal reden wollen würdet. Unbedingt bitte melden. Ich würde gerne schlauer werden in diesem Bereich. Ähm, ja. Okay. Dann würde ich hier mal unter diese Geschichte das Fazit ziehen. Gewisse Aspekte haben Ähnlichkeit mit Schlafparalyse auf jeden Fall. Stichwort, es findet im Bett statt. Stichwort, seltsames Geräusch am Anfang. Andere Aspekte passen zumindest nach deinem eigenen Erleben nicht so sehr dazu, wie zum Beispiel auch im Nachhinein sich im Unklaren sein. Ja. Okay, interessant. Ja, dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, wir haben noch ein oder zwei Sachen im Gepäck, die sich so ein bisschen vielleicht mehr auf der, zumindest im ersten Moment, auf der düsteren Schiene abspielen, bevor wir dann auf die positiven Aspekte kommen. Ähm, in dem Kontext sei aber auch noch mal gesagt, es hat ihm große Angst gemacht, dieses letzt besprochene Erlebnis. Er schließt daraus aber für sich nicht unbedingt, dass, wenn mehr dahinter stecken sollte als eine Schlafparalyse, das unbedingt negativ von der Intention her gewesen sein muss. Also, er liebäugelt da sozusagen mit der Vorstellung, ähm, naja, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Tier, um ihm irgendwie zu helfen oder seiner Art zu helfen, chippen wollen aus der Wildnis, dann erlebt das diesen Chip-Vorgang eben auch sehr angstbesetzt. Und dennoch ist es jetzt kein Vorgang, der darauf ausgelegt ist, dem Tier zu schaden, sondern womöglich sogar im Gegenteil zu helfen. Ja, das fand ich einen sehr guten Vergleich. Ja. Okay, was haben wir denn als nächstes auf dem Zettelchen, laut deiner Notizen? Also, wir haben noch den Verkehrsunfall. Ja. Und wir haben, was ich am gruseligsten fand, natürlich die, ich umschreibe es jetzt mal als die Agro-Oma. Und dann haben wir noch den Fall zur Psychomantik. Das war aber noch ganz kurz angerissen. Ja. Und dann die positiven Beispiele. Also, zunächst den Verkehrsunfall auf einer sehr vielbefahrenen, großspurigen, breitspurigen, vielspurigen Autobahn. Großspurige Autobahn ist auch nicht schlecht. Also, die ist schon sehr großspurig. Die könnte mal ein bisschen mehr Demut. Es gibt auch schmalspurige Autobahnen. Aber die Autobahn ist auf jeden Fall stark befahren, auch mit LKW. Und da kommt es dann zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen er und Beifahrer über die, oder? Beifahrer waren auf jeden Fall mit dabei. Ja, ich glaube, es war wieder eine Freundin. Er knechtet seine armen Freundinnen nach hinein in diese Erlebnisse. Auf jeden Fall, ja, infolge des Verkehrsunfalls bewegt er sich über mehrere Spuren hin und weg, von einer Leitplanke wieder zurück und so weiter. Das ist auch gar nicht alles so relevant jetzt für die Geschichte. Aber als Vorerzählung bleibt er dann eben so mit dem Auto auf der Straße liegen, dass es sozusagen, dass er Gefahr läuft, jetzt vom folgenden Verkehr mitgerissen zu werden. Das ist erst mal so die Prämisse. Ja, ein LKW rauscht heran auf potenziellem Kollisionskurs. Ich habe ehrlich gesagt, du hast das so verstanden, dass das Auto schon zum Stillstehen gekommen ist. Ich hätte das jetzt so verstanden, dass das alles in der Bewegung sozusagen stattgefunden hat. Aber spielt jetzt auch, denke ich, da nicht die zentrale Rolle für den weiteren Fortgang. Oder bist du dir sicher, dass es schon stand? Ja, jetzt, wo du es erwähnt hast, das könnte natürlich ein Detail sein, was wichtig ist. Ob es schon zum vollen Stillstand gekommen ist, weiß ich jetzt aufgrund meiner Notizen nicht mehr und auf meiner Erinnerung auch nicht mehr. Okay, wir erzählen einfach mal weiter, was passiert ist. Dann wird auch klar, warum das einen kleinen Unterschied machen könnte. Also, es ist dann der potenzielle Gefahrenmoment, dass ein LKW reinrast. Und so wie ich ihn da verstanden habe, ging er dann quasi, das hat sich alles, auch hier wieder Unfallsituationen, also alles spielt sich sehr schnell ab. Plötzlich geht er, ja, verlässt er die Situation sozusagen geistig oder von seiner Wahrnehmung her, verlässt die Situation, wenn ich es richtig zusammenbekomme, ist da Dunkelheit und aber auch so etwas wie ein Licht, dass er als Engel identifiziert und das quasi ein Angebot macht oder das ihm sagt, hier, du bist jetzt gerade in dieser Situation, die wird potenziell tödlich für dich ausgehen, aber folgendes Angebot sozusagen, nimm mich mit zurück, Klammer auf, für mich heißt das also sozusagen in die normale menschliche Welt, nimm mich mit zurück und dann sorge ich dafür, dass du hier heil davon kommst. Ja, den Part des Nicht-Zurück-Nimmens oder mich, nimm mich zurück, den Part habe ich nicht ganz verstanden, weil das nicht, also für mich nicht weit genug ausgeführt wurde, aber auf jeden Fall sorgt die Situation, also in der Folge sorgt diese Person, auf die er trifft oder die Engelsfigur dafür, dass sich das Auto dann doch noch ein Stück weiter bewegt, so schildert er es. Ja, dass es vor allem einen richtigen Satz macht, der eigentlich nach seinem Empfinden sonst aus der Situation heraus nicht hätte passieren sollen sozusagen. Insofern dann an der Stelle, wenn das Auto dann schon gestanden hat und einen solchen Satz gemacht hat, dann wäre es natürlich auch noch mal gewissermaßen spektakulärer, als wenn es noch in Bewegung ist, wo man dann immer sich sozusagen dahingehend flüchten, Anführungsstrichen könnte, dass man sagt, naja, okay, da war jetzt noch die Bewegungsenergie vorhanden und es hat dann sich vielleicht unerwartet irgendwie in eine Richtung den Satz gemacht, aber dafür könnte es dann ja womöglich irgendeine normale Erklärung sozusagen geben. Ja, das lässt er auch am Ende wieder offen beziehungsweise ist dann auch nicht so stark wie bei dem Kindheitserlebnis, dass er sagt, ja, das ist natürlich auch eine extreme Stresssituation und das kann alles in diesen Bruchteilen von Sekunden zu falschen Wahrnehmungen führen. Er bewertet das am Ende auch nicht abschließend. Nein. Aber er sagt sozusagen, wenn es nur nach seinem Eindruck ginge, dann wäre halt das schon ungewöhnlich gewesen, so wie sich das Auto dann verhalten hat. Macht aber klar, er weiß nicht, wie verlässlich dann dieser Eindruck ist. Ja, das fand ich wirklich erfrischend. Ich habe es vorhin schon gesagt, aber es fand ich auch wirklich sehr erfrischend, dass er immer diese, ganz klar das so formuliert hat. Wirklich super. Leider hat man da jetzt keine Zeugenaussagen noch von, meinetwegen von anderen beteiligten Verkehrsteilnehmern, die dann noch sagen würden. Oder er sagt, ah, ich habe im Nachgang noch mich mit denen unterhalten, als wir da dann an der Unfallstelle gewartet haben, dass die auch gesagt haben, oh Gott, das sah irgendwie komisch aus, auf einmal hat sie das Auto noch bewegt. Das hätte sie natürlich noch mal zur Dramatik der Geschichte sozusagen beigetragen. Das kam dann nicht. Ja gut, aber das wäre auch eher nicht zu erwarten, würde ich sagen, in so einer Situation. Ja, dann kommt die gruselige Psychosemantik-Episode, die mich jetzt schon sehr davon abhält, das noch mal auszuprobieren. Ja, erzähl. Also, Hater relativ kurz sagt, er hat auch im weitesten Sinne mit Spiegeln sozusagen, Spiegelmagie oder sich einmal da hineinbegeben, abge, Spiegel von allen Seiten sozusagen abgedichtet mit Spiegeln und dann sich darauf konzentriert und das Gesicht, was er dann sieht, verzerrt sich vor allem, also sein eigenes Gesicht verzerrt sich zu einer Fratze und sogar mit stimmlicher Untermalung, mit Drohung, ich bring dich um und wo er dann auch auf deinen Vorschlag der Mustererkennung etwas zögerlich reagiert, ob das jetzt sozusagen die Erklärung ist, aber auf jeden Fall hat er davon dann auch schnell Abstand genommen und fand das eher uncool, würde ich sagen, das ganze Experiment. Er versucht es zu erklären mit sich hineinsteigern und mit einem ja auch meditativen Effekt, wenn man so lange sich auf einen Punkt konzentriert und dann spielt einem vielleicht auch wieder einen Tagträumen, vielleicht ist er kurz eingenickt, vielleicht da irgendwie seine Wahrnehmung einstreicht, das ist so mein Fazit am Ende. Also hier muss ich jetzt nochmal kurz nachfragen, das ist mir jetzt ja fast ein bisschen peinlich, aber in meiner Erinnerung ist das Geschehen nicht als beabsichtigstes Experiment, sondern auf der Arbeit in einer Nachtschicht sozusagen an einer zufälligen spiegelnden Oberfläche. Ach so, okay, dann habe ich das, habe ich das schon mit dem Experiment im Nachgang mit unseren, unseren eigenen Plänen sozusagen verarbeitet hier. Aber auf jeden Fall vom Aufbau her ähnlich, also Spiegel. Richtig, also was vielleicht betonswert ist Nachtschicht, auch eine lange Nachtschicht, das hat er auch betont, dass hier also auch eine gewisse körperliche Erschöpfung womöglich eine Rolle gespielt haben könnte und dann ist es, kann sich, denke ich, jeder vorstellen, dann bei so einer Nachtschicht auch, kann man halt auch mal so ein bisschen wegdriften, ohne dass man jetzt wirklich einschläft oder so, aber wenn einfach nicht viel passiert, dass man da so ein bisschen in Zwischenbereiche vom Bewusstsein her womöglich gerät zwischen Schlaf und Wachsein. Ja genau, und dann hat er da in einer Scheibe, glaube ich, war es diese entsprechende sehr realistische, sagen wir mal, Mini-Vision gehabt und das klingt vielleicht, wenn man es so erzählt, nicht so sehr spektakulär oder weniger spektakulär als andere Dinge, aber ich glaube, das ist was, was einem dann auch ordentlich eindrucksvoll ist, wenn man es selber so erlebt und einem auch Angst macht und das hat er, glaube ich, auch ziemlich deutlich so gesagt, dass das auch ein eher ganz deutlich unangenehmes Erlebnis, sage ich mal, war, auch wenn es jetzt erst mal so rein vom Geschehen in Anführungsstrichen zum Beispiel nicht so spektakulär war wie die Schlafparalyse oder eventuelle Schlafparalyse. Ja, es war eine kurze, kurze Episode nur, aber er würde es auch nicht nochmal darauf ankommen lassen, dass das irgendwie nochmal passiert. Also für ihn genauso eindrücklich, aber vielleicht in der Abstufung nicht so wie die Kindheitserlebnisse. Ja, und dann haben wir noch ein Erlebnis, was man vielleicht eher in den negativen oder zumindest nicht so angenehmen Bereich legen kann, bevor dann unser Interview geschwenkt ist auf die positiven Seiten, die seine Veranlagung so mit sich bringt. Das hat mich nämlich auch sehr, sehr interessiert. Das heißt, wir folgen der Kurve jetzt einfach, reden noch einmal über etwas Düstereres und dann schauen wir mal, was das Ganze denn auf der Haben-Seite sozusagen mit sich bringen kann, wenn man so veranlagt ist. Jetzt kommt deine wie hast du es genannt, Horror-Oma, Agro-Oma? Die Agro-Oma. Zumindest wird da einleitend gesagt, dass er sich in einem Fremdenhaus befindet, auch von einer Freundin, deren Oma auch vorgestellt wird schon so als eine, die mal schwarze Magie irgendwie betrieben hat und so ein bisschen in die Richtung auf jeden Fall Experimente, wie auch immer, praktiziert hat und die Freundin selbst der ganzen Thematik auch aufgeschlossen ist oder war und diese, ja, ihre Großmutter war bereits zu dem Zeitpunkt, wo sich das jetzt zugetragen hat, schon verstorben und dann ist er nachts, weil er auf Toilette musste, aus Versehen oder wie auch immer im falschen Raum aufgetaucht und wurde dann angegriffen von, von, ja, das, die Beschreibung überlasse ich dir mal, die hast du ja auch so als Vergleichswert nochmal aufgeführt, was, mit was würde er das vergleichen? Also vielleicht nochmal, um es klar zu machen, er steht nachts auf und möchte eigentlich ins Bad, ist aber halt nicht zu Hause und verwechselt sozusagen die Räume und er geht nicht in irgendeinen Raum, sondern er geht in den Raum, in dem die Oma gestorben ist und da hat er dann eben ganz plötzlich und ohne es zu wissen, dass er jetzt in diesem Raum ist, ja, das Gefühl von einer schwer zu beschreiben, ich würde sagen Schattengestalt attackiert zu werden und einen Druck am Hals zu spüren, also quasi gewürgt zu werden, womöglich eventuell von, ja, vielleicht von dem bösen Geist der Oma, das wäre natürlich die erste Assoziation, die man da dann vielleicht hätte, vielleicht aber ja auch, nehmen wir jetzt mal an, man folgt so einem magischen Weltbild, dann hat ja vielleicht auch die Oma einfach sich irgendwelche jenseitigen Helferlein, sag ich mal, angeschafft, Stichwort Beschwörung von was auch immer, was vielleicht da noch hing, in Anführungsstrichen, so oder so, es war dann für ihn natürlich ein unangenehmes Erlebnis, das ist klar, ist eine Attacke wohl immer, aber eben auch noch mal besonders eindrucksvoll, weil er eben sagte, ich wusste ja eigentlich nicht, dass ich jetzt nicht im Badezimmer bin, man könnte ja sagen, okay, jemand, der sehr fantasiebegabt ist und dann nachts in den Raum der gerade gestorbenen schwarzmagischen Oma geht, dass dann die Fantasie außer Rand und Band gerät, ist ja vorprogrammiert, könnte man ja sagen, für ihn war die Geschichte besonders eindrucksvoll, weil er das eben nicht wusste, er dachte, er ist gerade auf dem Weg ins Badezimmer. Vielleicht an der Stelle noch einen Hinweis, den wir vorhin vergessen haben, was so eine Vorprägung, sage ich mal, angeht, das Erlebnis mit den Greys, auch weil wir sie dann Greys genannt haben, da hat er auch noch mal extra betont, zu dem Zeitpunkt als Kind kannte er die nicht, also das einzige außerirdischen Konzept sozusagen, was er kannte, war Alf. Ja, stimmt. Alf wäre wesentlich netter gewesen. Ja. Ja, also hier auch wieder ein Erlebnis, was vielleicht so in diese Sphäre einfach größere Empfänglichkeit für was auch immer am Ende des Tages fällt. Meister S. wäre vielleicht in seiner komplett imaginationsfreien und unempfindlichen Art da reingetapert und hätte den Oma-Geist über den Haufen gerannt, ohne es zu bemerken. Ja, aber er eben nicht. Ja, und dann war es mir wichtig, dass wir das Interview noch mal auf die andere Seite der Medaille bringen. Und während des Interviews ist mir dann auch eigentlich auch erst klar geworden, dass das wahrscheinlich zumindest in seinem Fall auch die größere Seite der Medaille eigentlich ist. Denn, was er jetzt erzählt hat, geht voll so in diesen Bereich der ausgeprägten Imagination herein und ich sage euch, jetzt kommt was, da werdet ihr alle neidisch werden. Also ich jedenfalls bin es geworden. Der gute Martin kann sich eigentlich verlässlich jeden Abend hinlegen und dann so sehr in die Imagination oder vielleicht Klartraumbereiche des Bewusstseins abdriften. Er muss sich da so ein bisschen rein fühlen, glaube ich, sagte er, aber es ist eben verlässlich und dann ist er da so in seiner geistigen Welt, dass er quasi wie bei Netflix, sagte er, glaube ich, sowas wie so ein Auswahlmenü hat, wo er sich jetzt verschiedene Szenarien aussuchen kann, die er dann quasi als Traum, als Klartraum genießen kann, muss man sagen. Das sind dann natürlich in der Regel schöne Sachen, die da dann zur Verfügung stehen. Ich habe ihn gefragt, ob er was angeboten bekommt, sozusagen von seinem inneren Netflix oder ob er die Szenarien vorher alle selber erfinden muss und dann da reinstellen muss. Das wäre ja auch möglich. Wahrscheinlich könnte er das auch, vermute ich mal. Und er sagt, es ist eigentlich eher das Erste. Also sein Unterbewusstsein bietet ihm da einige Szenarien an, sozusagen, und er kann dann wie in so ein Menü eben rein starten. Ja, und geht dann, sozusagen, kann jeden Abend, könnte er sich theoretisch entscheiden. Das ist jetzt ein Beispiel, was ich mir ausdenke, das kommt nicht von ihm, aber was weiß ich, ich würde wahrscheinlich mich dann jeden Abend entscheiden, erst mal an einem schönen Strand oder so oder irgendwas schönes, urlaubsmäßiges zu machen, halt irgendwas Positives, logischerweise. Na gut, aber das erwähnt er ja auch. Also er sagt auch, dass die Lobby sozusagen, das finde ich ja, dieses Konzept finde ich extrem geil, da bin ich dann auch neidisch, so wie er meinte, dass seine Freundin dann neidisch ist, wenn er erzählt, auch jetzt habe ich wieder das und das vor, dass er sozusagen in dieser Lobby, in dieser Strandlobby startet, im Strandstuhl und dann von da aus auf diese Wall. Stimmt, wahrscheinlich kam der Gedanke da auch gerade her aus meinem Kopf. Also er ist schon in einer Art Setting, Startsetting und von da aus geht er dann in andere Bereiche, so habe ich das verstanden. Ja, und das alles ohne wochenlanges schlafraubendes Klartraumtraining, wie ein Meister S es sich zu Gemüte führt, um dann am Ende zwei Sekunden Klartraum mal zu haben, indem er feststellt, dass die Gitarre nicht funktioniert und dann ist auch schon wieder vorbei. Also hier ist der Neidfaktor bei mir extrem hoch und ja, er kann das einfach so, das gehört so zu seinem inneren Repertoire scheinbar. Er spricht ja auch seinen Token an, um mal das Vokabular aus Inception zu benutzen, weil er ja auch den Film erwähnt, der quasi auf seiner Watchlist steht. Ja, den sollte er gucken. Den sollte er auf jeden Fall gucken. Die Filmempfehlung für diese Folge auch wieder Inception, zumindest da seht ihr dann von der Klartraum-Thematik so ein bisschen die Assoziation auch mit dem und über das Token wird gesprochen, also der Gegenstand oder für manche gibt es ja auch einfach nur eine Art Abfolge, die man jetzt ohne Gegenstand mit seinen eigenen Fingern, wie auch immer im Gesicht vollziehen kann, um sich zu vergegenwärtigen, dass man träumt. Er nimmt als Token quasi so eine Art Star Wars Move, also er zieht Gegenstände zu sich heran. Es gibt ja den Force Push und den Force Pull und er nimmt den Force Pull und zieht Gegenstände zu sich an und dann weißt du, Gott sei Dank, jetzt bin ich hier in meinem Modus. Ja, Realitätscheck würde man das in der klassischen Klartraum-Literatur nennen. Ja, und morgens, wenn er dann sozusagen, es ist ja so, dass sich dann nach bestimmten Zyklen wieder Traumphasen sozusagen einschalten und das häuft sich eben wieder morgens zum Aufwachen hin, da gerät er dann auch gerne oder kann auch sozusagen noch Klarträume regelmäßig erleben. Also er bekommt sogar, also selbst wenn das nur am Abend wäre, wäre das ja schon super, er bekommt sogar die doppelte Ladung und dann am Morgen auch noch Klarträume. Ja, und da habe ich mir gedacht, als mir das so bewusst wurde, diese Veranlagung ist dann doch im Großen und Ganzen wohl als Geschenk zu betrachten auf jeden Fall, weil das ist ein Vorteil, den er jeden Tag seines Lebens genießen kann. Während diese eher düsteren Erlebnisse, wovon zum Teil das ja sogar noch hilfreich wäre, wenn man jetzt zum Beispiel das mit dem Engel mal einfach so nimmt und diese düsteren Erlebnisse dann seltener sind und ja, als Trade-Off hat er sozusagen täglich ultimatives Kopfkino. Ja, und er kann es zusätzlich auch noch in, also die Kreativität ummünzen in weitesten Sinne Handwerkskunst. Also er beschäftigt sich auch damit dann Tarot-Karten zum Beispiel anzufertigen, das war ein Beispiel, was er genannt hat. Also das ist natürlich, trägt dazu bei, dass man jetzt in welchem Bereich auch immer, Malerei, Zeichnen, Kunst, Musik vielleicht auch, Rechnen, dann das als aus, sozusagen als, ja, Ventil nutzen kann vielleicht auch. Ja, da sieht man auch wieder, dass das Thema Kreativität und so die Fähigkeit besonderer innerer Zustände irgendwo miteinander wohl zusammenhängen muss, was ja auch Sinn macht, denn wenn ich jetzt als, durch eine normale Traumwelt laufe, die ich jetzt nicht als solche erkenne, die muss aber ja auch generiert werden, also insofern, das ist ja per se schon Kreativität, die mein Unterbewusstsein da an den Tag legt und zwar je nach Traum mitunter ja auch ein sehr, sehr hohes Maß an Kreativität, das heißt, das ist eine Fähigkeit oder ein Potenzial, was eigentlich auf jeden Fall da ist, ne, und er kann es wirklich dann, scheinbar mehr oder weniger direkt anzapfen, auch das natürlich echt super. Und in Kombination sicherlich auch hilfreich, sich mal dann auch der Reiz über Flutung auszusetzen oder zumindest sich Reize aus der Umwelt zu holen und ja, ob das jetzt in Form von ich gehe in die Natur oder ich ziehe mir alles mögliche bei YouTube rein, das sind alles Reize, die wieder verarbeitet werden können und sich dann in der Kunst widerspiegeln oder in den Träumen oder ja, in anderen Erlebnissen. Ja, damit haben wir, glaube ich, das Ende des Interviews erreicht und bevor ich es vergesse, nochmal an Martin, an dich, wirklich großen Dank, das war wieder mal sehr interessant und erhellend und schön, dass du dich das getraut hast und vielleicht auch, haben wir jetzt so direkt nicht abgesprochen, aber ich glaube, da rede ich auch in seinem Sinne. Er hat auch erwähnt, dass er das auch so sieht, dass er selber ja erlebt hat, dass man ungern normalerweise über solche Dinge redet und jeder, der sich dann aber doch traut, da wir rum für andere Leute, die vielleicht betroffen sind und es schwer damit haben oder gar nicht wissen, dass sie damit nicht so alleine sind, wie sie es vielleicht gerade empfinden, kann das vielleicht auch eine Hilfe sein und ja, ich hoffe, dass das vielleicht tatsächlich so eintrifft für den einen oder die andere. Also großen Dank, wirklich großen Dank und wir haben uns auch verabredet, dass wir uns noch im Austausch ein bisschen bleiben werden, also vielleicht gibt es sogar irgendwann nochmal eine Folge, wo ich ein bisschen was von ihm erzähle, vielleicht auch nicht, also das haben wir jetzt wirklich ganz offen gelassen, wir werden uns auf jeden Fall noch austauschen, inwiefern das dann noch auf den Podcast wieder zurücktröpfelt, sage ich mal, werden wir dann sehen. Ja und nutzt auch den Austausch, den quasi der Kommentarbereich jetzt bietet, um dann ja auch Fragen zu stellen, die wir wiederum übermitteln können oder er liest sie passiv mit, wie auch immer. Also das ist ja auch die Möglichkeit, dann ja Leute zu finden, denen Ähnliches passiert ist oder die auch ähnliche Nutzen davon daraus ziehen im kreativen Bereich. Ja, wunderbar, dann würde ich sagen, an der Stelle danken wir natürlich wieder für alle, die zugehört haben, danken wir allen, die die zugehört haben. Also vielen lieben Dank und ich sage schon mal, reingehauen. Adios. Untertitelung im Auftrag des ZDF,